Ich bin Angelika Lea. Ich bin Angelika Lea und trage die Töne von Omata Satt zu dir. Ich bin gekommen, um dich für den Tag einzustimmen. Ich bin gekommen, um dich vorzubereiten, damit du das Beste aus deinem Tag machst und in Leichtigkeit und Freude deinen Tag genießen kannst. Ich bin gekommen, damit du die Schönheit erkennst, welcher dieser Tag für dich bringt. Und ich bin auch gekommen, um das, was dich vielleicht belastet, jetzt gleich von dir zu nehmen. Mein allerliebster Mensch, Freude trägt die größte Kraft und es ist Freude, welche ich dir heute überbringe. So atme jetzt das Licht der Liebe in dich hinein und dehne dich so weit aus, wie es dir möglich ist. Denn je mehr du dich ausdehnst, umso mehr Licht der Liebe wird sich in dir und um dir herum ausbreiten. Der beste Start in den Tag ist der Ausgleich der männlichen und weiblichen Energie. Und so werde ich dies nun für dich tun. Fühle, wie in deine weibliche Energie Freude und Kraft einfließen. Fühle, wie in deine männliche Energie Freude und Kraft einfließen. Und atme jetzt das Licht der Liebe in die weibliche und in die männliche Seite von dir ein. Mit dem Einatmen dehnt sich deine Energie immer weiter aus. Und du bist vollkommen im Gleichgewicht. Du bist bereit, deinen Tag kraftvoll und voller Freude zu beginnen. Das Licht der Liebe leuchtet hell und führt dich zu den Menschen, welche eine Botschaft für dich tragen. Das Licht der Liebe führt dich an die Orte, wo du gebraucht wirst. Und glaube mir, jeder Ort und jeder Mensch ist wichtig und richtig für dich. Und ich spüre, wie sich deine Energie beruhigt hat und wie du mit Mona Oha verbunden bist. Jetzt ist der Zeitpunkt, um aufzustehen, um zu beginnen, um dich zu zeigen. Die Worte und die Töne, welche ich in dieser Botschaft zu dir gesendet habe, werden dich den ganzen Tag begleiten. Energien, welche dich belasten und von außen kommen, werden abfließen. Den du trägst, die Kraft der Freude in dir. Und du trägst die Kraft der Schönheit und der Wertschätzung, wie einen Schatz in deinen Händen. Und so gehe nun und beginne diesen Tag an Anascha. Und so, wenn du dich da bist, 要 toll, was du dich einfach nicht bei dir gehst. Und du trägst die Kraft dercourse, wenn du dich unterんです frontstrec uncomfortable bist. Und so viel dich um eine Uns así, was dich etwas eventuell sucks. Und so schreckt, wie vor fiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020